Hallo, mein Name ist Gemere und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PES 2017 Meisterliga mit Manchester United. Heute ist der Tag aller Tage, wir werden gegen die Bayern spielen in der Champions League. Das wird ein Fest, das wird ein ziemlich, ziemlich harter Kampf und wir werden hoffentlich irgendwie einigermaßen was reißen. Wir gucken uns mal ganz kurz die Wettbewerbe an. Ich will mal kurz die Champions League anschauen, die Gruppenphase natürlich. Wie es denn bei uns aussieht, wir haben die Bayern in der Gruppe, wir haben Dynamo Kiew und Legia Warschau in der Gruppe. Wir müssen also heute gegen die Bayern irgendwas reißen. Wir sind auf jeden Fall einer der Top-Favoriten. Ich denke mal gegen Legia Warschau und den anderen wird es nicht ganz so schwierig wie heute gegen Bayern München. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir auftreten werden und ich gehe einfach mal zum Spiel und wir werden uns das alles dann ansehen. Hier ist die Aufstellung schon mal von uns. Ja, für Bayern Neuer, Hummels, Boateng, Alaba, Lahm, Javi, Martínez, Thiago, Vidal, Coman, Ribéry und Lewandowski. Und wir gehen einfach ins Stadion. Und ich hoffe mal. Weil, naja, ich weiß nicht. Im Spiel ist ja, glaube ich, auch die Champions League-Hymne. Ich lasse einfach laufen und ich werde nicht viel drumherum labern und viel machen. Ich werde, ja, das Spiel so vorstellen, wie ich es mir denke. Und ich hoffe mal, dass die Champions League-Hymne drin ist. Allerdings nicht so laut, dass es irgendwie, dass mein Video irgendwie gestrikt wird. So, hier ist auf jeden Fall die Partie im Old Trafford. Manchester United gegen den FC Barcelona. Ja, die Spieler sind auf jeden Fall schon in den Kabinen, beziehungsweise im Tunnel. Und jetzt kommen sie raus. Es wird ein Spitzenspiel. Manchester United gegen die Bayern. Sie sind die Champions. Tja, das ist eine wirklich gute Partie hier. Die Bayern gegen Manchester United. Na, die Gamefaces sind nicht allzu doll. Und es ruckelt ziemlich heftig, muss ich sagen. Also bei mir hakelt es ganz schön. Ich denke, wir sind alle vorbereitet auf dieses Spitzenmatch. Es wird gut. Es wird saugut. Es wird richtig stark. Manchester United gegen die Bayern. Top-Truppe gegen Top-Truppe. Neuer Trainer gegen neuer Trainer. Und hier ist unsere Aufstellung. De Gea im Tor. Luke Shaw, Smalling, Bailly, Fosumensa, Schneiderin, Pogba, Depay, Rodriguez, Mkhitaryan und Ibra Himović im Sturm. So wird Carlo Angelotti seine Bayern auftreten lassen. Mit Manuel Neuer, David Alaba, Boateng, Hummels, Lahm, Vidal, Martinez, Thiago, Coman, Ribery und Lewandowski. Und ich denke, wir starten direkt in die Partie. Ich kann es kaum noch erwarten. Wir haben Anstoß. Und mal sehen, wie es läuft gegen diese starken Bayern. Die natürlich regelmäßig die Bundesliga dominieren. Stark geholt hier. Oh, Ibrahimović, das ist ein bisschen zu harsch reingegangen. Er wollte direkt zeigen, was Sache ist. Direkt zeigen, wer hier im Haus ist. Und da haut er dann direkt erstmal Jerome Boateng um. Gibt natürlich die gelbe Karte. Muss, das muss. Schöner Kopfball. Oh. Erste große Chance, aber Luke Shaw stört. David Alaba. So, De Gea jetzt erstmal mit dem Abstoß. So richtig gut im Ballbesitz waren wir noch nicht. Wir kommen noch gar nicht so richtig in die Partie. Und die Bayern dominieren uns absolut. Mit ihren langen Bällen vor allem auch. Was mich ein bisschen verwundert. Anscheinend haben sie... Sehen sie die langen Bälle als Nachteil für uns? Ob das wirklich so sein wird, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall Kopfballstarke Spieler. Das sollte klar sein. Starker Ball. Frosomenza. Hockbar. Jetzt könnte es interessant werden mit Ibrahimović. Ah, es war knapp abseits. Aber habt ihr die Reaktion von Manuel Neuer gesehen? Er wäre nicht ins Tor gegangen. Starke Chance schon mal nach 10 Minuten für Manchester United. So, jetzt geht es weiter mit den Bayern. Hockbar stört, aber nicht gut genug. Und der erste Schuss für die Bayern. De Gea hält. Stark gemacht. Das wird eine Ecke geben für die Bayern. Mal gucken, was dabei rauskommt. Es wird eine kurze Ecke anscheinend. Oh. Stark. Wieder die Chance. Diesmal Coman, glaube ich. Ja, so langsam haben die Bayern hier die Überhand. Nach 12 Minuten schon sehr, sehr viele Chancen. Aber auf beiden Seiten. Oh, Ibrahimović. Ja. Foult wieder. So langsam muss er aufpassen, glaube ich. So langsam muss er aufpassen. Hier sehen wir es nochmal. Ja, hat den Ball berührt. Eigentlich. Also eine gelbe Karte wäre ein bisschen zu fies gewesen. Aber man muss sagen, er ist schon, es ist schon dunkelgelb, was er mittlerweile hat. So. Ah. Das sollte zu schnell gehen. Die Bayern haben es hier auf jeden Fall unter Kontrolle. Und Fuso Mensa geht auch voll rein. Wird aber nicht gepfiffen. Ja, ich glaube, die... Manchester United weiß auf jeden Fall, wie es hier gehen soll. Mit viel Einsatz. Aber auch sehr rüde. Da kommen die Bayern erst noch gar nicht so richtig drauf klar. Aber sie ziehen einfach ihren Stiefel durch hier. Und versuchen ihr Bestes. So Mkhitaryan erstmal. Ah. Geblockt. Ich muss selber zugeben, ich habe jetzt lange kein Pest mehr gespielt. Also wird wahrscheinlich... Oh, das Gameplay nicht so doll sein heute. So, Lewandowski. Da habe ich den Spieler übersehen, den Gegenspieler. Stark gemacht. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Ruhe ins Spiel kriegen. Die Bayern dominieren uns schon ziemlich. Es läuft sich auch keiner so wirklich frei. Es hätte aber auch durchaus gepfiffen werden können. Okba holt sich den Ball. Sehr schön. Auf Mkhitaryan. Wieder auf Ibrahimovic. Aber der kommt leider nicht durch. Durch die gut gestaffelte Bayern-Abwehr. Stark von Schneiderlin. Sehr stark. Wieder Mkhitaryan. Auf Fosomenza. Fosomenza. Vielleicht mit der Flanke. Nein. Oh. Da wird von den Fans gefiffen. Die wollen eigentlich... Die haben einen Elfmeter gesehen hier. Ich habe selber nicht gesehen, was da passiert ist. Eventuell Handspiel. Ich weiß es nicht. So. Mkhitaryan wieder. Ah. Schlechter Ball. Weiter geht's für die Bayern. Oh. Der war... Der Pall war stark. Der war super stark. Luke Shaw versucht irgendwie alles zu retten. Smalling ist auch da. Alles gut. Gut. So. Wieder Manchester United. Die Bayern mit einem hervorragenden Pressing hier. Ogba weiß selber nicht, wo er hinspielen soll. Aber jetzt der... Oh. Lange Ball. Schade. Gut von Rodriguez gelaufen. Der bisher noch kaum zu sehen war. Aber ist auch gerade kein Offensivfest von Manchester United. Manchester United versucht hier, so gut es geht, irgendwie zu verteidigen. So, jetzt Rames Rodriguez. Rames Rodriguez, schön auf Pogba. Der wieder zurück auf Rames. Der schießt! 1 zu 0 für Manchester United. Rames Rodriguez in seinem Debüt mit dem Tor. Was ein schöner Treffer. Sehr, sehr schön gesehen von Paul Pogba. Rames Rodriguez spielt sich frei und macht das Ding. Ein super schöner Treffer hier. Hier sehen wir es nochmal. Rames Rodriguez auf Paul Pogba. Pogba wieder zurück. Auf Rames Rodriguez. Der setzt sich gegen Boateng durch. Und dann letztendlich, natürlich, gegen wen sonst? Gegen Manuel Neuer. 1 zu 0 für Manchester United hier jetzt nach 39 Minuten. Starkes Ding. Sehr, sehr starkes Ding. Schön gemacht. Und jetzt müssen die Bayern erstmal wieder nachlegen. Und das wird schwer gegen eine gut gestaffelte, eigentlich gut gestaffelte Manchester United. Ballsicher sind sie eigentlich auch. Oh, wieder. Rodriguez. Auf Ibra aber. Ach, der kann den Ball nicht festhalten. Sehr schön. Ah, Rodriguez mit dem Fehlpass leider. Ibra wäre da gut dran gekommen. Ah. Ibra jetzt wieder. Ibra. Schön. Ibra schießt. Aber leider geblockt. Und die Bayern klären. Ja, in den letzten Minuten ist Manchester United definitiv stärker geworden. Führen. Mit ein bisschen Glück. 1 zu 0 jetzt hier gegen die Bayern. Aber man kann nicht sagen, dass es total unverdient ist. Mehr Ballbesitz. Mehr Schüsse. Bessere Passgenauigkeit. Also eigentlich, die Statistik spricht auf jeden Fall für Manchester United. Eher für Manchester United als für die Bayern. Ich habe es ein bisschen anders gesehen, so was die Spielanteile angeht. Die Bayern waren schon eher in der gefährlichen Zone als Manchester United. Manchester hält den Ball eher so in der eigenen Hälfte. Und jetzt machen die Bayern sehr viel Druck. Leberie ist mehr mittig jetzt. Oh, starker Ball. Wie geil. 1 zu 1. Ja, das kam jetzt aus dem Nichts. Das kam aus dem Nichts. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal ansehen. Die Gamefaces sind übrigens individuell erstellt. Das sind keine echten Gamefaces aus dem Spiel. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Für die ganzen FIFA-Hater oder die ganzen PES-Hater. Die ganzen FIFA-Leute draußen. Also die Bayern sind nicht original erstellt. Das ist fan-erstellt. Und hier sehen wir das Tor. Ja, Drea keine Chance. Starkes Ding. Und damit ist alles wieder offen. Die eigentlich so schöne Führung für Manchester United ist verpufft. Und jetzt wird es nicht leichter. Rodriguez sehr stark. Oh, Manuel Neuer kann halten. Die Fans wollen natürlich wieder den Elfmeter. Es war zwar ein Zweikampf, aber ich glaube, der war fair. So, jetzt können natürlich die Bayern was zeigen. 1-1 spielt ihn natürlich in die Karten. Vor allem so kurz nach der Halbzeit. Das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt gewesen hier. Boah, stark gemacht. Das müsste abseits gewesen sein. Luke Shaw wäre aber noch da gewesen. Vidal jetzt sehr, sehr viel offensiver. Sehr, sehr viel offensiver. Ja, das ist schon eindeutig ersichtlich. Die Formationsänderung von Angelotti hat gefruchtet. So. Schöner Ball auf Mkhitaryan. Der setzt sich durch. Kann auch flanken. Ah, die Flanke kam ein bisschen zu weit. Schade. Der hätte vielleicht der Vorteil abgebrochen werden müssen. Oh. Oh. Missverständnis zwischen Neuer und Boateng. Keiner wollte so wirklich hin. Hätte Ibrahim ein bisschen Druck gemacht, dann wäre es sehr, sehr hart geworden. Oh, sehr stark. Aber Fuso Mensa ist am Start. Sehr schön. So. Oh, sehr schön gespielt. Jetzt auf Mkhitaryan. Mkhitaryan. Der auf Mensa. Und Ibra. Riesenchance. Und wieder die Flanke. Aber auch wieder hier nichts geworden. Und der Schuss. Geblockt. Wäre der nicht geblockt worden, dann wäre das vielleicht das Tor gewesen. Wir gucken uns das nochmal an. Guckt mal, sehr schön. Und dann der Schuss von Rammes. Ah. Knapp am Tor vorbei. Das wäre das zweite Tor von Rammes gewesen. Jetzt aber erst mal die Ecke. Mal gucken, ob die was wird. Ja. Ah, das war zu viel. Das war zu viel. Geht aber noch. Ah. Freund und Feind springen dran vorbei. Ja, die war ein bisschen zu hart getreten. Leider. Jetzt kriegen natürlich die Bayern wieder den Ball. Tja, was machen wir jetzt nun mit Manchester United? Sehr stark. Uh. Und das wird gepfiffen. Arjen Robben kriegt gelb. Naja, man hätte auch den Vorteil weiterlaufen lassen können. Finde ich jetzt persönlich. Klar geht Arjen Robben überhart ein, rein. Aber, na ja. Gepfiffen hätte ich es jetzt nicht. So. Wieder Manchester United. Uh. Schwacher Ball. Oh. Ah. Schade. Das war ein bisschen zu übermütig hier. Und sehr stark. Jetzt. Ibrahimovic. Schießt. Das ist es. Ibrahimovic. Mit dem 2-2-1. Was eine Bombe dieser Schuss. Was eine Bombe. Hier sehen wir es nochmal. Dicker Patzer im Mittelfeld von den Bayern. Und Ibrahimovic setzt sich hervorragend durch. Und der Schuss, der saß. Wie er saß. Ganz, ganz starkes Ding. Wieder stark gesehen von Pogba. Der sich mausert. Und dann das Ding zum 2-1. Wieder liegen die Bayern in den Rückstand. Wird sich das wohl noch ändern? Und Manchester United passt auf. Uh. Schwacher Ball. Gut aufgepasst hier von Manchester United. Ja, die Bayern kommen jetzt gerade mit dem Druck von Manchester United nicht klar. Manchester geht voll auf den Mann. Es öffnet eigentlich auch natürlich Plätze für beziehungsweise Räume für die Spieler von Bayern. Aber so richtig registriert das die Bayern-Elf noch nicht. sehr stark von Luke Shaw gegen Philipp Lahm. Und Robben hilft mit Einwurf Manchester United. Ja, jetzt macht auf jeden Fall Bayern Druck und sie wollen noch mehr Druck machen. Thiago geht runter. Thomas Müller kommt jetzt rein. Mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel haben wird. Mit Sicherheit. Der Kämpfer kommt also rein. Ein Robben. setzt sich durch. Ah, wird Ecke geben. Das ist natürlich ärgerlich für Manchester United. Oh, was ist das denn für eine Eckstoss-Strategie? What the fuck? Und kein Problem für Manchester United. Und ah, Levy ist voll reingegangen. Er gibt noch nicht mal eine Karte. hier gegen Bepay. Ah, der ist voll auf den Mann. Das muss eigentlich eine gelbe Karte geben. Das muss eine gelbe Karte geben. Der wollte gar nicht den Ball treffen. Oh, sehr stark. Bayern hat sich hier gut durchgesetzt. Und Manchester United. Ich denke, wir werden nicht wechseln heute. Ich will unsere Jungs nicht verunsichern. und irgendwie die Grundordnung stören. Ah, Ibra, schade. Ansonsten passiert hier gerade nicht viel, außer ein großer Kampf gegen diesen Rivalen. Muss man ja fast sagen. Es ist ja über Jahrzehnte hinweg ein großer Rivale, die Bayern, für Manchester United. Natürlich nicht im Inland, aber europäisch definitiv. Man hat schon häufig gegeneinander gespielt. Oh, schön. Und Ibra wieder. Starker Ball von Rodriguez auf Ibra Imovic. Der zieht sofort ab. Dafür ist er bekannt. Dafür ist er bekannt, dass er sofort abzieht. Man darf ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Aber Neuer war gut zur Stelle. Und jetzt wieder Ecke. Vielleicht wird die ein gesetzt. Und wieder verpassen Freund und Feind. Kommt Thomas Müller noch an den Ball? Ja, kommt er. Stark gemacht. Oh, tänzelt auch seinen Gegenspieler aus. Aber das war's. Das war der Schlusspfiff. Also Ribéry ist überhaupt nicht gelungen von dem Fan. Also muss ich echt mal gerade zugeben. Oh, Gott. Ja, das war auf jeden Fall der Schlusspfiff. Manchester United gewinnt 2 zu 1 gegen die Bayern. Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, sehr spannendes Spiel, muss man sagen. Und Manchester United, ich finde, sie haben einigermaßen zu Recht hier gewonnen, hatten mehr Schüsse, ein bisschen im Ballbesitz eingebüßt im Vergleich zur ersten Halbzeit. Also erste Halbzeit war eher ausgeglichen. Bayern hatte in der zweiten Halbzeit einige Vorteile, zumindest in den ersten 15 Minuten. Also ich denke mal, das Ergebnis 2 zu 1 geht eigentlich in Ordnung. Also es hätte auch 2 zu 1 für die Bayern ausgehen können, aber naja, wir haben einfach getroffen, wir haben einfach besser getroffen und so soll das natürlich auch sein. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Dynamo Kiew 3 zu 1 gegen Legia Warschau, das interessiert uns natürlich auch, ist unsere Gruppe. Napoli 1 zu 1 gegen Sevilla, Sporting 1 zu 1 gegen Brügge. Paris Saint-Germain gewinnt gegen Tottenham Hotspur mit 3 zu 0, Basel gewinnt 1 zu 0 gegen ZSK Moskau, Inter Mailand gewinnt 3 zu 1 gegen Real Madrid und Dynamo Zagreb gewinnt gegen Bayern 04 Leverkusen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und hier sind nochmal die anderen Ergebnisse. Borussia Dortmund 0 zu 2 gegen PSV Eindhoven, Eindhoven gewinnt also 2 zu 0 gegen die Borussia, Besiktas 0 zu 0 gegen Celtic, Arsenal 1 zu 0 gegen Benfica, Lyon gewinnt 2 zu 0 gegen Werwestadt, wer auch immer das ist, Barcelona 1 zu 0 gegen Leicester City, Florenz 4 zu 1 gegen Müt Loxanti und Atletico Madrid 2 zu 2 gegen Juventus Madrid, genau, Juventus Turin und Nizza 3 zu 1 gegen Pablo Viestin und so. So, hier sieht man die Gruppe, wir sind auf Platz 2, dadurch, dass wir nur eine 1er-Tordifferenz haben. Die Bayern haben verloren, deswegen 0 Punkte und Liga Warschau hat auch verloren, deswegen 0 Punkte. So, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, dass wir hier gut, 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 gut gespielt haben und gegen die Bayern gewinnen konnten, also schon mal sehr, sehr nice. Fuso Mensa verbessert sich momentan ungemein, also dadurch, dass er jetzt auch spielt, wird es noch krasser, finde ich jetzt persönlich. Also sehr gut. Das nächste Spiel wird gegen Hull City sein, das könnte natürlich auch sehr interessant sein. Hull City, da muss ich mal überlegen, ist auf dem 11. Platz, ist eigentlich jetzt aktuell ein Konkurrent von uns. Oder wir warten lieber auf Liverpool für das nächste Match. Müssen wir mal schauen, ich überlege es mir. Auf jeden Fall ist diese Folge damit beendet, ich hoffe, sie hat euch gefallen, lasst da eine Bewertung, dann lasst da ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.